Wir kennen diesen Ausdruck in den Augen von Patienten. 14 Jahre. Er liegt in der Luft, der leise Geruch des Todes. Über 300 Folgen. Wenn das Jenseits auf einen zurauscht, dann spürt man es kommen. Voller dramatischer Wendungen. Die Grace Anatomy Highlight Wochen. Kommende Mittwoch hält das Seattle Grace. Wo finde ich den Schiff? Herr, Sie dürfen diesen Bereich nicht verlassen. Den Atem an. Wir haben einen anderen Knall am Krankenhaus. Meredith, der Kerl mit der Knarre. Such Derek. Die Grace Anatomy Highlight Wochen gehen weiter. Mittwoch, 20.15 Uhr.